Oh ja, hi! Sorry Leute, ich hatte mich gerade mit den beiden Kollegen hier unterhalten, mal wieder so ein vollkommen normales Gespräch, was man so führt, morgens um sieben mit zwei NPCs, die nicht antworten können. Aber auf jeden Fall, die haben gesagt, die haben gar keine Eier. Und die brauchen Eier. Deshalb zeige ich euch heute mal, wie man eine Hühnerfarm baut, die automatisch Eier produziert. So, ich habe gerade noch was vergessen. Ich brauche nämlich noch ein Schild gleich. Und wie heißt das auf Englisch? Sign. Kann man direkt noch ein bisschen Englisch lernen hier. So, ich baue jetzt erstmal hier so das Grundgerüst von dem Ding. Ihr müsst nicht den Stein nehmen, das ist total Latte. Aber ich nehme den immer, weil ich finde den total pornös in den Stein. Und der geht nicht kaputt, wenn ein Creeper daneben explodiert. Also, der hat schon seine Vorzüge. Gut, so. Ne, wir wollen ja sehen, was hier drin abgeht. Deshalb bauen wir hier mal Scheiben rein. Das ist auch so verstärktes Glas voll Endpornös. Also, aber ich baue mal eben schnell weiter. So, so müsste es eigentlich schon fast reichen. Jetzt bringen wir hier ein paar Schilder an. Wer jetzt nicht will, dass man die Schilder sieht, der kann es dann ungefähr so machen. Dann sieht es ein bisschen sexier aus. Dann sieht man die Schilder von außen nicht. So, hier noch eins hin. Die Schilder, die dienen nur dazu, dass das Wasser, was ich jetzt hier draufgebe, da drauf stehen bleibt und hier nicht durchkommt. So, jetzt bauen wir mal weiter die super Sichtscheibe hier. Weg damit. Ähm, so. Oha. Ne, da muss Wasser sein. So, einen Deckel brauchen wir erstmal nicht. Jetzt schmeißen wir mal ein paar Hühner hier rein. Ich spawn die jetzt einfach mal. Man kann es natürlich auch mit Eiern machen, die man gefunden hat. Und die Hühner, die werden jetzt nach und nach Eier legen. Die fallen dann hier runter. Äh, ich zeig's mal. Ne, die Hühner schwimmen hier drüber. Die können nicht hier durchfallen. Das geht nicht. Ich weiß auch nicht warum, weil die Hühner sind ein bisschen blöd, aber scheiß drauf. So. Dann kann man sich noch hier ein bisschen Wasser hin machen. Dann werden die Eier direkt hier rausgespült. Ja. Und kommen dann hier vorne an. Und da kann man die dann aufheben. So, ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ist ja eigentlich relativ simpel. Und, ähm, beim nächsten Mal zeig ich euch dann, wie man das Ganze in eine Kiste leitet. Und in der darauffolgenden Folge zeig ich euch, wie man das von hier aus da rüber bekommt. Und, alles klar, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.